So ein Zitat, was man im Rahmen der Anästhesie immer wieder mal hört, ist Stunden der Langeweile, Minuten des Nervenkitzels und die Sekunden des Terrors. Ja, das kann man so für die Anästhesie sagen, aber das trifft ja letzten Endes auch für alle anderen Berufsgruppen zu. Ja, der Operateur mit einer Blutung, weil es mal nicht so läuft, wie er sich das vorstellt, hat genau diese Situation, die wir auch haben. Der Neuroradiologe, der Kardiologe, also wenn die interventionell tätig sind, auch die kennen diese Situation. Wenn alles gut läuft, ist alles ganz entspannt, dann kommt der Moment, wo es mal ein bisschen tricky ist und wenn da mal was etwas komplett anders läuft, als wir es uns vorstellen, dann ist der Stress einfach da. Also das ist ein Spruch, der trifft halt auf alle zu, nicht nur auf uns.